Herzlich willkommen zu diesem Review. In diesem Review geht es um das Klickgeldsystem 2.0, wie du mit deiner Webseite und Google AdSense Geld verdienen kannst. Ich habe dazu einen kompletten Artikel geschrieben, auch einmal zum Thema, was ist Google AdSense überhaupt. Du bekommst auch Bonusinhalte von mir. Du kannst das Ganze mit dem Bonusüberhalt über mich sichern. Ich zeige dir auch gleich nochmal welche und in dem Artikel schreibe ich auch, wie Google AdSense funktioniert und kann es auch nochmal die Zusammenfassung der Inhalte anschauen. Wir schauen uns jetzt einmal den Inhalt vom Klickgeldsystem an. Und zwar ist das ein Onlinekurs. Den bekommst du für 67 Euro. Den Link bekommst du über die Videobeschreibung. Da wird dir Schritt für Schritt erklärt, wie der Dominik eine Webseite oder mehrere Webseiten aufbaut, um mit Google AdSense und Affiliate Marketing Geld zu verdienen. Der macht richtig gute Umsätze damit. Es gibt hier fünf Module in 44 Videolektionen. Im ersten Modul wird dir einmal der komplette Überblick bzw. die komplette Vogelperspektive gezeigt. Praxisbeispiele. Wir schauen uns das jetzt auch gleich einmal hier ganz kurz den Überblick an, wie das System überhaupt funktioniert. Dann wird dir die komplette Technik beigebracht, wie man eine Domain installiert und wie die ganze Umsetzung von der Webseite dann funktioniert. Welchen und wie du den Content erstellst. Wie du das Ganze monetarisieren kannst mit Google AdSense und Affiliate Marketing über Amazon. Es gibt natürlich noch weitere Affiliate Möglichkeiten, die du zum Beispiel auch bei mir lernen kannst mit meinem E-Book. Das kannst du dir auch in der Videobeschreibung runterladen. Da zeige ich dir nochmal weitere Beispiele, wie du auch mit Affiliate Marketing Geld verdienen kannst. Und dann geht es nochmal um das Thema Traffic. Als allererstes wollen wir uns aber einmal das System bzw. die Idee an sich anschauen. Und zwar hat hier Dominik eine Übersicht gemacht, um so Schritt für Schritt einmal zu verstehen, was du bekommst und wie das Ganze funktioniert. Also im Endeffekt ist es folgendes. Es geht darum, dass du Content oder eine Webseite erstellst. Im fünften Modul lernst du ja, wie du die Besucher auf diese Webseite dann hinleitest. Dann wird über den Klick über die Werbeanzeige Geld verdient. Das sind meistens zwischen 10 und 20 Cent. Und über den Einkauf bei Amazon gibt es bis zu 12 Prozent Provision des Bestellwertes. Das klingt erstmal wenig. 10 bis 12 Cent pro Klick. Das ist aber ganz schön viel, wenn du lernst, wie Dominik dir das erklärt, mal richtig viel Traffic auf die Seite zu bekommen. Weil er hat das vorgemacht und es gibt richtig viele Beispiele, wie das umsetzbar ist und wie du eine Webseite erstellen kannst, die richtig viel Traffic bekommst. Das lernst du Schritt für Schritt gerade in dem Modul Content. Was für Content, wie du den Inhalt erstellst und so weiter und so fort. Lies dir dazu gerne auch nochmal meinen kompletten Artikel durch, wie ich dir das auch Schritt für Schritt erkläre, wie man mit Google AdSense Geld verdienen kann. Wie der Traffic funktioniert und schau dir auch sein Video dazu gerne nochmal an, den Online-Kurs. Wie gesagt, alles dazu, wenn dich das Thema interessiert, lernst du in diesem Kurs. Kurz zu meiner Bewertung des Kurses. Ich finde das sehr verständlich erklärt. Eine Webseite aufbauen mit Google AdSense und Affiliate Marketing ist tatsächlich eine Strategie für passives Einkommen. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, weil du erstellst halt einmal den Content und Google gibt dir immer wieder Traffic. Also wenn du gut gerankt bist, kriegst du immer wieder Traffic. Du musst halt einmalig Zeit investieren. Klar, du musst es immer wieder auch aktualisieren, damit du auch in den Rankings bleibst. Das ist halt wichtig. Also das ist halt schon entscheidend. Deswegen, man muss auch einiges an Zeit investieren wollen und können für dieses Modell. Aber es ist definitiv auch für Anfänger umsetzbar. Also klar, normalerweise, ich habe das hier auch nochmal reingeschrieben. Du musst schon ein bisschen, wo habe ich das denn hingeschrieben? Ja, Programmierkenntnisse brauchst du eigentlich nicht, weil es mittlerweile zum Beispiel für WordPress ein Plugin gibt, wie du Google AdSense relativ einfach installieren kannst. Das lernst du auch alles in dem Online-Kurs. Wie du hier genau einen AdSense-Account erstellen kannst, wie du Werbeanzeigen erstellst, welche Alternativen es zum Beispiel gibt. Also du wirst hier Schritt für Schritt lernen, wie du das Ganze installieren kannst. Das heißt, du brauchst da jetzt nicht unbedingt Vorkenntnisse. Des Weiteren, also der Kurs hat auch definitiv ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das heißt, für das Geld, was du investierst, die 67 Euro, lernst du ziemlich viel. Was mir nämlich sehr gefällt, ist Dominik hat erstens, weil das ist halt auch sehr wichtig, Dominik hat erstens eine sehr angenehme Stimme, auch eine angenehme Persönlichkeit, sodass man auch gerne zuhört. Es gibt ja manchmal Leute, die einen Online-Kurs erstellen, wo das ein bisschen unangenehm ist oder dass man die Leute vielleicht nicht so sympathisch findet. Das ist hier anders. Ich finde, Dominik macht das sehr, sehr gut, erklärt das auch vor allem ohne viel Blabla, drumherum. Man sieht das ja auch schon an dieser Beispielgrafik, dass es sehr verständlich und übersichtlich gehalten ist. Die weiteren Module und Videos sind in einem ähnlichen Aufbau. Und wie gesagt, du lernst ja alles, welche Nische sollst du nehmen, was ist der perfekte Webseitenname, wie du die Domain registrierst. Also wirklich Schritt für Schritt, wie du ein System machst, wie du eine Fanpage-Box, wie du dafür sorgst, dass es viral wird, dass die Webseite geteilt wird. Und auch natürlich die Sachen drumherum, die wichtig sind, Datenschutzerklärungen und genau Thumbnails, Content, wie du Content selber erstellst und wie du Content outsourcen kannst und so weiter und so fort. Also du lernst halt echt viel. Genau, deswegen würde ich mal sagen, ist es auf jeden Fall eine definitive Empfehlung von mir. Mir hat der Kurs sehr gefallen. Ich werde das jetzt auch umsetzen mit den Google AdSense. Wahrscheinlich nicht auf meiner Haupt-Affiliate-Seite, weil da ja schon sehr viel Affiliate-Marketing drin ist und zu überladen wäre jetzt zu krass. Aber bei einer Webseite, wo ich zum Beispiel viralen Content erstellen möchte, da macht es definitiv auch Sinn, Google AdSense zu nutzen. Vor allem, wie man hier zum Beispiel sehen kann, geschätzte Einnahmen 13.000. Und man kann ja auch sehen, dass Dominik mit seinen Websites auch richtig viel Traffic generieren kann. Also das ist halt schon sehr, sehr krass. Und da lohnt es sich gerne mal hinzugucken, auch wenn du eine Webseite hast, wo du nicht unbedingt auch mit Google AdSense das machen willst. Aber allgemein, um zu verstehen, wie virale Webseiten funktionieren, ist es hier auch sehr interessant, um sich das mal näher anzuschauen. Noch kurzer Hinweis, wenn dich das Thema Affiliate-Marketing noch ein bisschen interessiert, dann schau dir auch gerne mal meine Affiliate-Vorlagen an, beziehungsweise mein E-Book. Ich habe hier ein E-Book geschrieben, zwölf Seiten, ein kleiner Report, damit du lernst, wie ich das mache. Ich habe sehr, sehr viel, sehr, sehr viel positives Feedback bekommen. Also es gibt ja schon weit über tausend Teilnehmer. Sehr, sehr positives Feedback bekommen, dass es Leuten sehr weitergeholfen hat. Und gerade auch schon für Fortgeschrittene ist das sehr hilfreich. Wie man auch sehen kann, das hier sind so einige Nachweise von meinen Affiliate-Einnahmen. Und ich schalte keine Werbung. Das ist nochmal wichtig zu wissen. Keine Werbung. Also wirklich organisch mit meinen Traffic- und Funnel-Strategien. Und ich habe auch jetzt nicht die allergrößte Liste, deswegen ist das schon nicht schlecht. Also wenn du das lernen möchtest, trag gerne deine E-Mail-Adresse ein und dann wirst du immer auf dem Laufenden gehalten. Wie gesagt, wenn dich der Kurs interessiert, dann gerne über den Link in der Videofragung. Du bekommst tolle Bonus-Inhalte von mir. Einmal das Beat Sales System, Profit Optimizer, mein Kundenbooster mit richtig vielen Checklisten, meine Instagram-Strategien und die besten Affiliate-Partner-Programme, die es momentan in Deutschland und in Amerika gibt, für passives Einkommen und allgemein für Einkommen, bekommst du auch als Bonus. Schicke mir dafür gerne einfach eine E-Mail an info-at-startup-rakete.de Und genau, wenn dich solche Videos interessieren, aber auch zum Thema Kryptos mache ich Videos, dann abonniere gerne deinen Kanal, lasse ein Like da und wenn du eine Frage hast, auch gerne einen Kommentar. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.